Natascha Beddingfield enthüllt das Geheimnis hinter ihrem Hit Unwritten. Die Sängerin verrät, dass der Song ursprünglich ein Geburtstagsgeschenk für ihren jüngeren Bruder Joshua war. Vor genau 20 Jahren veröffentlichte Natascha das Lied, das bis heute Millionen begeistert. Nach einer besonderen Rolle im Film Wo die Lüge hinfällt, erlebte Unwritten einen neuen Popularitätsschub. Stars wie Sidney Sweeney und Glenn Powell tragen dazu bei, dass der Song wieder gefeiert wird. Auch auf TikTok findet das Lied großen Anklang bei der jüngeren Generation. Natascha freut sich, dass Unwritten nach zwei Jahrzehnten an Bedeutung gewinnt. Es bereitet mir Freude, wenn mein Song neue Generationen erreicht, sagt sie im Interview. Doch sie erinnert sich auch an die Zeiten, als Plattenfirmen ihr Image stark kontrollieren wollten. Mein Label wollte, dass ich das Mädchen von nebenan bin, berichtet Natascha. Heute genieße ich es sehr, mehr kreative Freiheit zu haben. Für sie sind Musik, Mode und Körperselbstbewusstsein eine Form von Kunst. Die Britin stammt aus einer musikalischen Familie und hat sich ihren eigenen Platz erarbeitet. Trotz ständiger Vergleiche mit Bruder Daniel Beddingfield ließ sie sich nie beirren. Ich liebe es, wenn Leute mich unterschätzen, gesteht sie. Ich genieße es, Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Bei den People's Choice Awards feierte Natascha ein überraschendes Live-Comeback. Wenn das Publikum ihren 20 Jahre alten Song mitsingt, fühlt sie sich wie zu Hause. Es fühlt sich an wie ein Nachhausekommen, sagt die Sängerin begeistert. Ich binieni tot você. Ein Camping ist einem Kreisdom Turkish. Ich bin напр American. Das war ihr Tool verbatim,avenz. Schatz. Ich bin genau als ausgelft. Okay, wackativ. Von Nic Afterwards war torso.